Einen Nachmittag lang dürfen sie sich mal so richtig austoben. Die Frauen und Männer der deutschen Marine zeigen auf der Ostsee ihr Können. Auch der Minister darf ein bisschen mitmachen. Per Helikopter gelangt Freiherr zu Guttenberg auf die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern. Und er bestaunt, was die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr so zu bieten hat.